Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Familie und Kind. Wir haben vor kurzem den Solini Spielbogen Bello gekauft und zeigen euch das Wichtigste im Videoüberblick. An dem Spielbogen sind insgesamt fünf Spielzeuge befestigt, die unter anderem quietschen und rasseln können. Enthalten ist darüber hinaus auch ein Hund, der nach unten gezogen werden kann und sich anschließend vibrierend wieder nach oben zieht. Die 3D Activity Decke ist ausreichend gepolstert und kann in Handwäsche bei 40 Grad Celsius gewaschen werden. Besonders gut gefällt uns die einfache Transportmöglichkeit. Die Krabbeldecke lässt sich einfach verstauen und kann auch super mit zu Oma und Opa genommen werden. Falls euch das Video gefallen haben sollte, freuen wir uns wie immer über einen Daumen hoch. Die Krabbeldecke Bello von Solini und weitere Spielbögen findet ihr auf unserer Seite.